Er nutzt Richards Krankheit, um Muslimen und Christen einander näher zu bringen. Sein Plan geht auf. Recher erkennt, dass er Jerusalem nicht einnehmen kann und geht auf Saladins Kompromissvorschlag ein. Jerusalem bleibt in muslimischer Hand. Dafür behalten die Franken die Küstenstädte Jaffa, Acon und Tyros. Saladins Plan führt zur ersten friedlichen Annäherung zwischen Muslimen und Kreuzfahrern in der Geschichte. Nach zweijähriger Belagerung zieht das Kreuzritterheer im September 1192 aus Palästina ab. Nun scheint der lang ersehnte Frieden da zu sein. Aber ich kann mich nicht darüber freuen, denn mein Meister ist sehr krank. Er ringt mit dem Tode. Ein letztes Mal schenkt er mir sein Vertrauen. Der Meister trennt sich von seinem größten Schatz. Er übergibt mir das Buch mit den wissenschaftlichen Aufzeichnungen unserer Gelehrten. Kurz vor dem Tod ernennt er mich zu seinem Nachfolger. Meister, Meister, was soll ich denn nur ohne dich tun? Willkommen zurück bei Welt der Wunder. Heute geht es um das geheime Wissen des Islam. Der Islam erlaubte es seinen Gelehrten, Forschungsergebnisse auch anderer Kulturen weiterzuentwickeln und zu optimieren. Ein gutes Beispiel stammt aus der Mathematik. Die ganze Welt benutzt heute die sogenannten arabischen Zahlen, obwohl sie ursprünglich aus Indien stammen. Der Vergleich zu den damals auch noch benutzten römischen Zahlen ist offensichtlich. Die Zahl 3788 zum Beispiel sieht in römischer Schreibweise so aus. Ein echter Buchstabensalat. Zu bedeuten hat das, da muss ich selber nachschauen, 3 mal 1000, 1 mal 500, 2 mal 100, 1 mal 50, 3 mal 10, 1 mal 5, 3 mal 1. Man sieht, sehr, sehr kompliziert. Tja, aber während die Araber stets die Quelle und den Ursprung ihres Wissens preisgaben, wurden diese Quellen im christlichen Europa einfach gestrichen. Im Jahr 1190 bricht der englische König Richard Löwenherz zum dritten Kreuzzug nach Palästina auf, um Jerusalem den Händen der Muslime zu entreißen. Er gewinnt zwar einige Schlachten, doch es gelingt ihm nicht, Jerusalem zu besetzen. Sultan Saladin schlägt ihm einen Kompromiss vor. Die Herrscher vereinbaren, dass Jerusalem in muslimischer Hand bleibt. Christlichen Pilgern wird aber der Zugang zu den Heiligtümern der Stadt gewährt. Hier, hier steht alles geschrieben. Die friedliche Annäherung führt zu einem Wissenstransfer aus dem muslimischen Einflussgebiet nach Europa. Noch ahnen muslimische Gelehrte nicht, dass der Islam damit seinen Wissenschaftsvorsprung verlieren wird. Europa dagegen profitiert von der Entwicklung. Wissenschaftliche und technische Errungenschaften, vor allem aus dem islamischen Raum, gelangen in die christliche Welt. Genauer gesagt nach Sizilien, der Residenz von Friedrich II. Der römisch-deutsche Kaiser aus dem Hause der Staufer ist hier zwischen Muslimen aufgewachsen und spricht besser Arabisch als Deutsch. Er steckt in einem Dilemma. Die Kirche drängt ihn, dem christlichen Kaiser, einen Kreuzzug nach Jerusalem anzuführen, gegen die Menschen, denen er näher steht als seinen Landsleuten. Friedrich steht nicht nur wegen seiner Nähe zum muslimischen Kulturkreis in der Kritik der Kirchenoberen. Neben seinen Pflichten als Kaiser studiert er wissenschaftliche Werke. Die Kirche sieht das als Gotteslästerung. Friedrich ist besonders von den astronomischen Kenntnissen der Muslime begeistert. Sie benutzen sekundengenaue Uhren, um den Verlauf der Planeten und Sterne zu untersuchen. Hier sehen wir das Modell einer Minutenwaage, wie sie im 12. Jahrhundert existiert hat. Man kann damit die Teile der Stunde wiegen, das heißt die Minuten und auch noch genauere Einheiten. Es funktioniert folgendermaßen. Hier ist ein Behälter, der mit Wasser gefüllt ist, in dem das Wasser durch eine genau berechnete Öffnung in einer Stunde ausfließt. Und durch die Gewichtsabnahme beim Ausfließen des Wassers kann man die Teile der Stunde, die Sekunden hier auf der rechten Seite, nachstellen. Nach dem Tod meines Meisters Bahadin bin ich, Ibn al-Attir, in seine Fußstapfen getreten. Seit einiger Zeit unterrichte ich im abendländischen Sizilien junge muslimische Schüler und bringe ihnen wissenschaftliche und technische Errungenschaften muslimischer Gelehrter näher. Nun widmend euch wieder euren Studien und du deine Schreibung. Ich fühle mich wohl im Land der Franken. Ihr Herrscher ist den Muslimen wohlgesonnen und der Wissenschaft sehr zugewandt. Dass sich muslimische Wissenschaftler im Königreich Sizilien aufhalten, ist im 13. Jahrhundert keine Besonderheit. Da der ganze südliche Mittelmeerraum islamisch ist, leben viele Muslime auf der Mittelmeerinsel. Der Kaiser hat mich an seinen Hof gebeten, damit ich ihm die Kenntnisse unserer muslimischen Gelehrten vorstelle. Hier steht alles geschrieben in diesem Buch. Er ist begeistert von den Aufzeichnungen meiner Vorfahren und möchte mehr darüber lernen. Bei unserem Zusammentreffen berichtet er mir von dem Konflikt mit den Oberhäuptern seiner Kirche und von dem drohenden neuen Krieg zwischen Christen und Muslimen. Die Freundschaft Friedrichs zu den Muslimen ist der Kirche mehr und mehr ein Dorn im Auge. Sie befürchtet nicht nur, dass sich fortschrittliches Wissen in Europa verbreitet und die Menschen vom Glauben ablenkt, sondern auch, dass der muslimische Einfluss auf den Kaiser zu groß wird. Beides würde zu einem erheblichen Macht- und Kontrollverlust der Kirche führen. Dies gilt es zu verhindern, für die Würdenträger das oberste Ziel. Die Blasphemie gegen Gott, unseren Herrn, unseren Herrn geht. Wir müssen einen Weg finden. Noch ist die Macht des Kaisers zu groß. Solange Friedrich die arabischen Wissenschaftler schützt, kann die Kirche nichts gegen sie unternehmen. Auch wenn die Kirchenoberen Angst davor haben, dass das gemeine Volk von muslimischer Forschung beeinflusst wird, sie selbst studieren die ketzerischen Aufzeichnungen genau. Sie bemächtigen sich der Bücher arabischer Gelehrter und lassen sie übersetzen. 25 Werke hat man in Salerno, in Zlatanien besetzt, ohne ihren echten Verfassernamen. Eine übliche Vorgehensweise im mittelalterlichen Europa. Erst im 20. Jahrhunderten hat man entdeckt, dass diese Bücher von arabischen Verfassern übernommen und übersetzt worden sind. Die Stimmung schlägt um. Ich beginne mich hier unwohl zu fühlen. Ich glaube, in manchen Kreisen bin ich unerwünscht. Mit dem Tod Friedrichs im Jahr 1250 stirbt der größte Förderer von Forschung und Wissenschaft in Europa. Es ist die Gelegenheit für die Kirche, die Annäherung der Christen zu den Muslimen und deren Wissen zu unterbinden. Mit Friedrich dem Staufer endet sozusagen die Zeit des Austausches und wird ersetzt durch eine Zeit rigiden Hasses. Packt alles zusammen, Brüder, dieses blasphemische Zeug. Die Kirche konfisziert Bücher, Manuskripte und wissenschaftliche Modelle aus dem Privatbesitz Friedrichs. Der größte Diebstahl in der Wissenschaftsgeschichte nimmt seinen Lauf. Zusätzlich verbannen die Kirchenoberen die muslimischen Wissenschaftler vom Hof. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.